Hi, das ist der aktuelle Streamingplan für die Woche vom 11. bis 17. Juli. Jetzt geht es gleich los ein paar Minuten um 14 Uhr mit Dark Souls 3. Da bin ich ja im New Game Plus Moment beim Erzdrachengipfel, also bin ich bald fertig mit dem New Game Plus Run auch. Dann heute Abend 19 bis 23 Uhr Dota. Da stehen auch Teamspiele an und Join Dota allgemein diese Woche. Einige Team- und Join Dota-Spiele, könnt euch also darauf freuen. Dann werden wir mal kurz bei Dota, 19 bis 23 Uhr heute, Donnerstag und Freitag auch 19 bis 23 Uhr und am Wochenende, Samstag, Sonntag, 18 bis 0 Uhr. Also eine vollgepackte Woche mit vielen Streams und vielen Dota-Streams. Dann morgen am Mittwoch 13 bis 17 Uhr gibt es Total War Warhammer mit der Chaos-Kampagne. Genauso wie am Freitag 13 bis 17 Uhr, da gibt es die Zwergen-Kampagne. Donnerstag, Zero-Time-Dilemma von 13 bis 17 Uhr, genauso wie am Sonntag, 12 bis 16 Uhr, Zero-Time-Dilemma. Und am Samstag nochmal Dark Souls 3, möglicherweise. Das könnte ich eigentlich schon durchgespielt haben in der Zeit, wenn ich jetzt mal kurz überlege. Schauen wir mal. Ich kann mir gut vorstellen, dass am Samstag dann das New Game Plus halt, dass der Endboss dann kommt, weil so lange werde ich wahrscheinlich für Arc-Dragon-Peak nicht brauchen, je nachdem wie lange mich der Endboss-King beschäftigt. Schauen wir mal. Ja, und das ist die Woche. Wenn ihr Anmerkungen habt, Wünsche, irgendwelche besonderen Sachen, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns beim Livestream sehen. Und wenn ihr es nicht schafft, halt später auf YouTube. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis dann.